Hi meine Lieben und Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte echt nicht, dass es so wenige... Ich habe schon 10 oder... Ich weiß jetzt nicht wie oft, aber ich möchte nicht, dass ihr meinen Daumen runtergebt. Weil ich mache so viele Folgen und es wäre echt schade darum, wenn ich wieder damit aufhören müsste, wie gesagt. Ich habe ja schon so oft Videos gemacht und euch gesagt, dass ich das nicht mag, wenn ihr mir die Daumen runtergebt. Ich meine, ein Daumen ist okay, aber vier hintereinander. Ich habe schon vier Daumen runtergebekommen. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Entschuldige, dass ich das sage, aber bitte gib mir nicht so viele Daumen runter, weil ich kann es sonst nicht weitermachen. Weil es, ich meine, ich höre nicht auf damit, aber wenn es so weitergeht schon, weil ich kann ja nicht so weitermachen, wenn es so ist. Normalerweise, ähm... Normalerweise bin ich nicht so, ja, wütend oder so. Wütend bin ich ja nicht so, aber ich bin eher enttäuscht von euch, weil ich dachte, diese neuen Folgen von mir gefallen euch und so. Und ich bin echt irgendwie sauer, weil ich weiß nicht so recht. Aber wie gesagt, bitte gebt mir nicht mehr so viel Daumen runter. Es tut mir echt weh im Herzen, weil ich mache mir so viel Mühe damit. Und ja, gut, hoffentlich mäht euch das. Also ich möchte euch jetzt nicht beleidigen oder so, aber es tut mir echt im Herzen weh. Also bis dann, eure Banan Taruka.